Willkommen bei Hexegrillt. Heute will ich euch zeigen wie man mein Gasgrill sauber macht und zwar mit Fusel. Diesen Bio Reiniger habe ich gesehen auf der Messe in Fulda und heute will ich euch zeigen was Fusel alles kann und das sehen wir in meinem Video. Was wir dazu brauchen sind einmal Handschuhe. Die brauchen wir gleich um die Roste sauber zu machen und zwar machen wir das mit dem Ofencleaner. Der ist ein bisschen aggressiver, ist aber sehr gut. Die Roste sieht aus wie neu hinterher. Dann brauchen wir einen Schwamm, kann auch Metallschwamm sein. Wir haben jetzt so einen Schwamm. Wie gesagt mal Fusel, ein bisschen Küchenpapier und einmal eine Sprühflasche mit Wasser um das besser hinterher zu reinigen. Ja und das war es. Achso den Schaber, den nehmen wir gleich für grobe Stellen und ja dann kann es auch schon losgehen würde ich sagen. Heinstell. Heinstell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017